Wir haben endlich wieder ein paar Missionen, die wir spielen können. Hätte ich doch bloß nicht die ganzen Sachen schon vorab gespielt, dann hätten wir jetzt quasi noch ein bisschen länger warten können. Einer der kommandierenden Offiziere der UF wurde auf seinem Weg zurück ins Lager gesichtet. Spüre ihn auf und eliminiere ihn. Ja, der sieht schon verdächtig aus. Mit dieser Waffe da. Und diesem Armband. Nein, der ist es nicht. Der ist es doch, oder? Ja. Ein Schuss in den Arsch und das wird ihn wohl leeren, sich nicht mehr anzuschleichen. Victory. Wir kriegen 990 Geld. Und ein weiteres Teil, was wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnten wir jetzt auch weiterspielen. Ich muss aber mal schauen wegen dem Upgrade. Mal sehen. Ah, bla 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 bla. Nöööö. Wir machen es einfach mal so. Upgrade. 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 Oh, für 10.000. Da haben wir aber nicht genügend Scharfschützen-Munitionsgedünse. Wir machen einfach mal eine Story-Mission. Okay, den Basiskommander eliminieren. Das heißt, am Anfang schon den Kommander eliminieren, dann haben wir später nichts mehr zu tun. Und es ist genau derselbe wie eben, nur trägt er diesmal eine rote Jacke. Wer hätte es gedacht? Okay, wir sind hier auf so einem komischen Turm. Mal sehen. Keine rote Jacke, keine rote Jacke. Keine rote Jacke. Wo ist Rotjäckchen? Keine rote Jacke. Da! Der hat eine rote Jacke, das muss er sein. Wir haben noch ein zweites Mal draufgeschossen. Eliminiere fünf Terroristen! Warum sind wir jetzt plötzlich hier unten? Da ist so ein Getarnter! Wo ist denn der letzte? Da ist er! Tja, den hätte ich fast nicht gesehen. Der ist so gut getarnt in seinen roten, auffälligen Klamotten. Gut, das war's für diese Missionen. Das heißt, ich bin gespannt, was als nächste Mission kommt. Weil diese Hauptmissionen sind so das einzige an dem Spiel, was irgendwie einigermaßen wie ein echtes Spiel sind. Äh, nein, wollen wir nicht. Immer diese Spam-Sachen. Gibt es hier eigentlich nur eins, zwei, drei, vier, fünf Missionen oder wie? Weil, äh, da brauchen wir jetzt quasi noch ne... Was? Ach so. Was heißt hier annehmen? Was? Nein! Ich will hier nicht 99 Euro ausgeben für Scheine. Wir brauchen tatsächlich mehr Scheine, mehr Geld, um uns diese andere Waffe zu kaufen. Wir haben die Sniper-Waffe zu sehr aufgerüstet. Böser TBM-Zong. Böser TBM-Zong. Die Uff hat einen getarnten Soldaten geschickt, um den Ort abzusuchen. Halte deine Augen offen und schalte ihn aus. Was? Willst du mich verarschen? Könnte der mal bitte stehen bleiben? So. Genau. Denn ich muss ihm noch irgendwo hinschießen. Uh, das war ein Volltreffer. Mitten zwischen die Eier. Das hat ihm das Würstchen gespalten. Jetzt hat er zwei. Jetzt kann er zwei Frauen gleichzeitig. Aber den Gag habe ich wahrscheinlich schon in irgendeiner der letzten Folgen gebracht. Ich kenne mich ja. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit einen Krümel an der Nase gehabt und habe es nicht bemerkt. Gut. Bei der Hauptmission kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir machen weiterhin einmal die Sniper-Mission, bis wir genügend Kohle zusammen haben. Oder die Punkte ausgehen, dass wir eine Zwangspause machen müssen. Gesprächsmitschnitten. Zufolge plant die UF übrigens, eine Rakete abzufeuern. Einer ihrer Techniker ist auf dem Weg, um einige technische Probleme zu beheben. Schalt ihn aus, bevor er ankommt. Knock him dead. Oh, okay. Jetzt sind wir hier auf einer anderen Karte. Wo ist denn der? Ich sehe gerade keinen. Hä? Wir können bis hier und bis hier gucken. Ähm. Hä? Wo ist denn der? Hä? Ich habe keinen gesehen. Wo ist denn der? Das Ziel ist entkommen. Hahaha. Wo ist denn der? Ach, da oben ist er. Kann er wohl nicht angehen. Ich suche die ganze Zeit unten und sehe nicht, dass der da oben ist. Und ich dachte, warum zeigt die Kamera da oben irgendwo ins Nirgendwo? Ja, ich habe einfach nicht gepeilt, dass der da in dem Fahrstuhl ist. Yay. Okay. Aber immerhin sind es schon mal ein paar Missionen, die so ein bisschen... Naja, du... Es wird schwerer, sage ich mal so. Man muss auch schon den Gegner suchen. Er wird einem nicht mehr auf dem Tablett wie normalerweise präsentiert. Wie normalerweise? Ja. Ein Konvoi aus zwei Fahrzeugen ist unterwegs in den Dschungel. Um unsere Truppen einen Hinterhalt zu legen, schalte die Fahrer aus. Okay. Was? Hey, wo sind denn die Fahrzeuge? Ach, da. Zum Glück fahren die Fahrzeuge nur mit 3 kmh. Nein, 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 nein. Mann, ist der schnell. Zack. Äh. Ja, das, ähm, also die waren ja sehr schnell unterwegs. Und dafür bekommen wir wieder ein Kärtchen, ein Fernrohr. ja, bringt halt nicht so viel. Gut, ähm, die Waffe können wir uns wahrscheinlich immer noch nicht leisten. Nein, 14.000, wir brauchen 20.000. Das heißt, machen wir einfach noch eine Mission. Wir haben ja noch ein paar blaue Blitze. Vier Drohnen sind auf Wachflug. Setzen Sie am Boden fest, bevor Sie mir Feinde auf einen Aufenthaltsort aufmerksam machen können. Na? Na? Boah, Drohnen mit einem Snipergewehr zu erledigen, ist schon gar nicht so einfach, weil man immer so nah ran zoomt. Und, ähm, ja, wenn ich das Mausrad betätige, dann funktioniert das nicht mit dem Weiter-Raus-Zoomen, sondern dann, äh, legt er den Zoom ganz ab. Irgendwie ist das in dem Spiel nicht so ganz gut gemacht worden, aber, naja. Da wir immer noch keine 20.000 haben, machen wir einfach die nächste Sniper-Mission. Wir sammeln ja auch praktische Teile, um dann unsere Waffe aufzurüsten. Übrigens, eins Verbündeter hat Befehle, eins kommandierenden Offizier auszuschalten. Schütze ihn, während er sich nähert. Uff! Way to lose your head! Na, daneben geschossen. Ey! Kann ja nicht angehen, dass ich den nicht erwische. Und, wo treffe ich ihn? Oh, das war nicht so nett. Victory! Schauen wir mal. 1.440. 1.470 insgesamt. 275 XP. Dann, äh, sind wir jetzt, äh, ja, immer noch nicht, äh, wir brauchen noch weitere 3.000 Gründe 200. Das heißt, unser Agent hat es nicht geschafft, die kommandierende Offiziere der UF auszuschalten. Daher wurde das hier jetzt zu dir zugewiesen. Erledige den Job. Tja, ich würde sagen, Loser! Warum mussten wir den überhaupt beschützen? Gucken wir mal, der ist es nicht. Die sind es auch nicht. Wo ist ein Rotjäckchen? Nein, nein, nein. Wo ist denn der? Scannen wir mal. Nein? Nein? Hä? Sag bloß, das war unser Ziel. Na toll. Der sah doch ganz anders aus. Der hatte doch eine rote Jacke an. Nein, der hat eine... Oh, mit einer roten Binde. Verdammt. Gucken wir mal, der ist es schon mal nicht. Der könnte es sein. Was? Hallo? Was soll denn das jetzt? Ich habe das falsche Ziel getötet. Ne, 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 ne. Oh, wir haben keine Kristalle mehr. Ne, 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 ne. Ich würde sagen, das war eine recht kurze Aufnahme. Eine Viertelstunde ging das Ganze hier. Wir kommen nicht weiter, weil wir kein Geld haben. Und ohne Geld können wir da nicht aufrüsten. Aber ich könnte ja mal gucken bei der Basis. Alles klar, es ist nicht klar. Also, es war so oft, was soll ich sagen.